BUSHIDO Nichtsdestotrotz wollte ich mich mal melden Mal ein kleines Lebenszeichen geben Hier aus Japan Etliche tausend Kilometer entfernt Von euch Zwei bis drei Informationen Vielleicht auch hier preisgeben Und zwar sind wir hier in Japan Mit Samra zusammen Und wir drehen hier unter anderem Das erste Video Fürs kommende BUSHIDO Album YouTuber 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 Und wir sind hier sozusagen Beim Videodrehen mit Samra zusammen Am 14.06. Das ist der Donnerstag Der kommende Donnerstag Erscheint dann auch schon die erste Single Hades mit Samra zusammen Es gab da so eine Menge Leute die haben sich gewundert Ja Moment mal ich dachte das ist ein BUSHIDO Album Viele haben das missverstanden Rohdiamant war nur von mir produziert Und ist sozusagen Unabhängig vom Album erschienen Jetzt die erste Single ist natürlich mit Samra zusammen Weil wir zusammen Mucke machen Und wir beide einfach In den nächsten Jahren hoffentlich zusammen Eine Menge Spaß haben werden Und Dann werden wir auch noch das zweite Video auch schon mal hier produzieren Zusammen mit Orkan Che Und Und Da sind wir permanent am arbeiten Was die ganze Videogeschichte betrifft Ihr habt ja jetzt auch schon das erste Cover für die Single Auch bereits gesehen Viele Leute denken sich Moment mal warum sieht das aus wie ein Filmplakat Könnt ihr euch hoffentlich auch selber beantworten So am 14.06. wie gesagt Hades Videopremiere Darauf dann 24 Stunden später Am 15. gibt es dann den Song überall digital Im Streaming Und könnt ihr dann mal reinhören Ich würde mich freuen Und euer Feedback könnt ihr dann hier unten irgendwo in den Kommentaren lassen So Was haben wir noch alles Ansonsten Sind die Videos die jetzt kommen Sozusagen Vorboten Für das am 28. September erscheinende Bushido Solo Album Meine Damen und Herren Es gibt momentan noch Eine Art Ja Fake Cover Es gibt auch noch Sozusagen Einen Fake Titel Für dieses Album Das Album heißt nicht Wie angekündigt XX Sondern es wird einen anderen Namen haben Den werden wir dann in den nächsten Tagen Wochen dann auch bekannt geben Das richtige Cover Würde dann auch bekannt gemacht werden Das kommt dann bei Zeit Und diese Videos bereiten das Das große Bushido Solo Album Am 28. September vor 20 Jahre Bushido An meinem 40. Geburtstag Ich bin so unfassbar aufgeregt Deswegen bin ich auch extra nach Japan geflogen Und ich glaube unsere Wege für die nächsten Videos führen uns auch noch in ganz andere Kontinente Zu diesem Album gibt es natürlich auch eine Deluxe Box Die könnt ihr euch momentan schon vorbestellen Die gibt es bei Amazon, bei Saturn, bei Mediamarkt Da könnt ihr ja mal gucken Auf welchem Anbieter ihr euch da irgendwas vorbestellen wollt Es gibt auch relativ coole Sachen Die den Inhalt in der Box betreffen Es gibt eine unfassbare Box So wie die designt wurde Ich will noch nicht zu viel verraten Aber es ist unfassbar Allein die Box vom Aussehen her Ist einfach so unfassbar vorbestellbar Ja, dass ihr auf jeden Fall zuschlagen solltet Hallo Hi Und ansonsten gibt es natürlich auch einiges in der Box Den ersten Box Inhalt möchte ich euch jetzt gerne verraten Und zwar werden wir das Ende der 90er Jahre erschienene Demotape von mir dort mit dazu packen Das bedeutet, ihr bekommt ein Sozusagen fast das allererste Bushido Solo Album mit in der Box dazu Ich wollte jetzt sagen gratis Nein, natürlich nicht gratis Aber die Box ist unter anderem dann mit dem ersten Demotape bestückt Und das aktuelle Bushido Album ist natürlich auch mit dabei Das ist der erste Box Inhalt Wir haben da noch ein paar andere Überraschungen Die werden wir euch dann, wie gesagt, in den kommenden Videos ankündigen Und ansonsten muss ich jetzt gleich weiter Wir drehen nämlich jetzt hier die Nacht durch Auch im Regen Auch kennt keine Gnade Ansonsten sind wir halt mit den Jungs hier jede Nacht am powern Ich denke mal, ihr bekommt da einiges von mit Und ganz kurz noch, weil es gibt diese ganze Diskussion immer Er ist guter Junge, was mit er ist guter Junge, wer ist er ist guter Junge Blablabla, blablabla, Jungs und Mädels da draußen Mal jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei der Fische Bushido ist er ist guter Junge So, da brauchen wir jetzt auch nicht viel großartig erklären So, und irgendwelche Leute brauchen jetzt auch nicht irgendwie so Verschwörungstheorien in Umlauf bringen Ich bin er ist guter Junge, Punkt So, und die Jungs, die mit mir Musik machen, die sind auch er ist guter Junge Samra ist er ist guter Junge Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute Seid gespannt, es wird eine Menge passieren An dieser Stelle möchte ich mich verabschieden Ihr könnt die Box vorbestellen Ihr könnt am 14.06. das erste Video sozusagen auf YouTube betrachten Am 15.06. könnt ihr die erste Single auch streamen Und so weiter und so fort Seid dabei, seid gespannt Mein Name ist Bushido, ich bedanke mich bei euch Alles Gute, auf Wiedersehen